Welcome back im Waffenarsenal! Wie immer in jeder neuen Mission Maske wechseln! Ja, ich habe mir meine Maske jetzt selber gemacht. Ja, wir können sie nachher anschauen. Ich habe es jetzt zwar nichts besonderes, ich habe mal nur ein bisschen probiert, aber ich habe es jetzt trotzdem mal angezogen. Sexy. Und ich gucke gerade, was ich hier für Masken kaufen kann, aber ich kann sie noch gar nicht kaufen, weil ich das Level noch gar nicht erreicht habe. Aber ich glaube, ich nehme die da. Die sieht nice aus. Mit Spinne auf dem Kopf und so. Gar nicht mal so schlecht. So, neue Maske ist dran. Jetzt schauen wir mal, was wir für neue Waffen kaufen können. Also ich hole mal neue Kampfrüstung. Neue Kampfrüstung wäre auch nicht schlecht. Da hast du recht. Agent anpassen. Kampfausrüstung. Tattoos? Na ja, ich bin kein großer Fan von Tattoos eigentlich. Ja. Boah, das sieht, das sieht nice aus. Die passen zu meiner Maske. Holst du die neue Shotgun oder so? Gibt es denn neue Waffen? Also, die Spast wäre jetzt zum Beispiel freigeschaltet. Die Spast? Ja. Ja gut, ich habe noch 7.000, du hast ein bisschen mehr bekommen als ich. Okay, hier heißt sie halt ASG-Combat. Sieht für mich aus wie eine Spast. Sturm, was gibt es für ein neues Sturmgewehr? Die FX05, die würde ich mal nehmen. Die kostet 10.000! Leck mich doch! Ne, doch die AK. Und die BR19 gibt es auch. Die kostet 12.000. Okay, ich bin mal wieder am Sparen. Ich habe mich jetzt ein bisschen individuell angezogen. Vielleicht kann ich auch noch ein neues Visier? Nein. Was? Seitenaufsatz. Lauf habe ich auch eigentlich neu gekauft. Aufsatz. Waffenskits. Ich habe eigentlich diese Waffe, die M4, komplett aufgerüstet. Dann gucke ich mal. Ähm, die Bumpgun. Was kosten die Spaß? Wie hast du die P4 schon getunt? Uh, ja, ja. Die habe ich schon getunt. Ja, aber nicht komplett, oder? Ein MP, obwohl... Äh, doch! Ja, ich habe sie halt so getunt, dass sie mir gefällt. Ich kann auch mal eine Pistole tunen. Geht das vielleicht? Ja, und da kann man nur die Farbe kaufen für 2.000. Das mache ich mal, weil ich einfach noch ein bisschen Geld ausgeben will. Ha, ha, ha! Gut, ich wäre so weit. Äh... Jetzt wollte ich irgendwas machen, Tokio, und ich bin jetzt rausgekommen. Total. Ja, keine Ahnung. Deine Waffen tunen. Deinen Menschen tunen. Du hast überhaupt gar kein Geld ausgegeben. Du hast noch immer 22.000 Dollar. Ich habe vorhin 25.000 Dollar. Ja. Ja, willst du jetzt noch weiter sparen? Hamstern bis zum geht nicht mehr, oder was? Bis ich Milliardär bin, Alter. Okay, können wir los? Äh, ne, warte, warte, warte. Ich wollte... Ich mache ein Magazin, was? Einmal, warte. Ich mache zwar Doppelmagazin rein. Höheres Nachladetempo. Und dann... Wollte ich noch schnell meine Pumpgun verbessern. Nein? Ah, weg, weg, abbrechen. Hä? Nimm ich das Spiel verkackern, oder was? Ach. Jetzt. Ein größeres Magazin, wie der Pump kann, tut sich auch immer gut, würde ich mal sagen, hä? Kaufe einfach. Ich kaufe. Nee, passt. Okay. Los geht's. Alles klar, lassen wir klatzen platzen. Bist du sicher, dass du den Weg kennst? Der Weg stammt von der Kontaktperson. Und wer ist das? Eine Einheimische. Kennt diesen Ort und das Kartell. In- und auswendig. Klingt das nicht mächtig nach einer Falle? Nicht jeder in Mexiko hat Angst vor den Kartellen. Hm. Tja dann. Gefällt mir trotzdem nicht. Achtung! So, ein Sonntagsfahrer. Sag doch, lassen wir klatzen platzen. Da sind sie! Okay. Na toll. Na toll. Los geht's! Gibt es nicht mal einen Moment, wo wir mal ein bisschen Ruhe haben, Mann? Oh, ich bin schon down! Wie schnell ging das denn? Ich hab nur mal kurz rausgeguckt. Oh, Granate! 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 Immer weiter! Boah! Okay, lenkt das Feuer auf dich. Ich versuch sie zu flankieren. Au. Okay. Okay. Boah, Alter. Bist du tot? Nein, hab ich schon mal ein paar Nades hier rein. Die gehen mir halt auf den Sack, Mann. Hier, verreckt. An dem Heim hab ich die Beine weggesprengt, Alter. Boah, sind da viele. Boah, die haben mich entdeckt. Scheiße. Okay. That's it. Warte. Okay. Gut, gut, gut. Was war denn das? Ja! Kannst du mir rüberschleichen? Schleichen? Robben, meinst du wohl? Ich versuch's. Scheiße, scheiße, schnell. Alter, wieso ist das halbe Haus im Arsch? Das wird schon wieder. Ja, das fängt schon wieder an. Komm, 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 komm. Komm wieder rein. Ja, bin schon da, bin schon da. Ich muss die Steuerung erstmal wieder blicken hier. Steh unter Beschuss. Na, schmeiß mal einfach auch mal ne Granate raus. Jawoll, ja. Jetzt wollen wir schlechte die Tanke in die Luft zu jagen, Alter. Ja, Mann. Ach, scheiße, da war Feuer, ich hab's nicht gemerkt. Heim ich mal. Komm, ey. Okay, immer mit der Ruhe. Und ich frag mich die ganze Zeit, warum ich Damage krieg, Alter. Das war echt cool. Ja, ich geh mal nach draußen, Alter. Das ist für mich jetzt blöd hier. Ja, ich bin hinterm Fahrzeug. Oh, ey. Los geht's! Hey, den Flachwächser geht mir auf den Sack, Mann. Oh, denn ich seh gar niemanden mehr. Ja, bei den Trailern. Aua! Bei den, bei den Wohnwegen, Alter. Ja, hab's gesehen. Ey, wieso? Ach, heute funktioniert gar nichts bei mir. Ich wollte zur Deckung. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Okay, den hast du erwischt. Am Hotel. Verstanden. Ja, flankiert. Tot. Da kommen noch mehr. Boah, die kommt von hinten. Seh sie. Gib dir Rückendeckung. Wow, 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 wow. Boah. Okay. Ab ihn. Ab ihn. Nein, jetzt reicht's aber. Alter, soll das ein Ditz sein jetzt. Komm schon. Komm schon. Ich räume hier ein bisschen auf. Mann. Wer ballert mich da ab? Lauf du ins Haus. Sind schon. Gut. Erwischt. Erwischt. Headshot. Sie kommen von hinter der Tankstelle. Aua. Yeah. Hinter der Tankstelle. Oh, sie haben mich. Sie haben mich. Sie haben mich. Sie haben mich voll überrannt. Hab ihn. Was für Sanität, Alter. Oh, Vorsicht. Zack. Und tschüss. So sieht's aus. Ich liebe Nachkampf. Boah. Alter. Sind da viele. Ah. Ah. Scheiße. Nein. Ich renne auch voll rein. Ich depp. Scheiße. Wurde getroffen. Gib mir mal. Alter. Komm. Ich bin gleich tot. Wo liegst du denn du zum Teil? Hier, hier, hier. Boah. Boah. Leck mich am Arsch, Mann. Boah. Das ist schon eine Horror. Ich sehe gar nicht so das scheiß Kreuz, aber sehe dich gar nicht richtig liegen. Danke. Ja, muss doch schon ein bisschen schwer sein, ne? Bei mir funktioniert heute das Dickungssystem nicht so gut. Sag auch nicht, warum. Ja, komm, Alter. Bin da. Bin da. Bin da. Alles halb zu schlimm. Scheiße, wo steckt der? Gut gemacht. Ah, einer weniger. Nein, hast du nicht. Jetzt hast du ihn. Was machst du denn? Spiel doch mit dem nicht. Zack, zack. Hinter dir. Woho. Boah. Vorsicht hinter uns. Scheiße. Wo steckt der? Der steckt draußen. Alter, soll ein bisschen Witz sein, Alter. Kommen wir von überall, Mann, Alter. Ja. Das habe ich auch gerade gemerkt. Wo ist der? So, jetzt. Jetzt bleibe ich hier, Alter. Siehst du ihn? Wen, Alter? Ja. Der, der vorher auf uns geschossen hat. Ich höre was, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ah, da läuft er. Ja, hab ihn im Visier. Tod. Überraschung. Erlebt er. Mal sehen, wie's Mason geht. Mason. Los. Er brennt in dem Wagen. Mal sehen, wie's Mason geht. Nein, nein, das Wagen brennt doch nicht. Ja. Das Wagen brennt doch nicht. Ja, super. Was ist passiert? Hat jemand überlebt? Mason! Scheiße. Hörst du mich? Hier ist Alpha, ein Kumpel von Mason. Wer ist da? Alpha. Hm. Dann ist Mason wohl tot. Dann hab ich's also jetzt mit euch zu tun. Verbindet eure Masken mit dieser Frequenz, dann schaffen wir das schon. Das werden sie büßen. Okay. Wir sind wieder fertig. Ja, aber überspringen, ne? Alles klar. Wer zum Teufel ist das? Ich bin Fiona. Den Namen kenn ich doch. Bei euch sind haufenweise Kartellsoldaten. Ich hab ein paar Freunde zu Mason geschickt, um euch zu meinem Unterschlupf zu holen. Der Plan hat sich wohl geändert. Ja, aber wenn ihr den Treffpunkt erreicht, können sie euch da rausholen. Klingt nicht sehr prickelt. Egal. Ich hab eure Masken auf dem GPS. Ich kann euch von hier aus führen. Okay. Los jetzt. Laufen wir den Berg hoch. In den Hauptstraßen vorsichtig. Die suchen euch. Machen wir. Mal schauen, ob wir die Felsen hochkommen. Dann mal los. Na ja, gut. Komm. Snoop, ich hör alles doppelt. Kannst du ein Ticken leiser stellen? Alles klar. Ein Ticken. Ich warte. Wie du wartest. Warten? Auf was wartest du denn? Ja, keine Ahnung. Er sagt voll, ich warte. Ja, dann soll er warten. Auf hoch mit dir. Ach, soll ich jetzt hoch oder was? Ja. Ja. Such dir deine Deckung. Und da sind sie schon. Jag den... Jag den... Jag den Wagen in die Luft. Ach, oder ich mach's selber. Kabumm. Wow. Das war schön. Zerstör die Deckung von diesen Nasen. Die Nasen. Was für ein Nasen. Ja, die Nasen. Granate in Deckung. Bleib in der Deckung. Wir haben die Granate vor der Deckung geschmissen. Aber ich glaub, dass sie sie auch nicht mehr ewig hält. Tot. Ihr müsst weiter zur Sendestation. Das Kartell ist schon da. Wir räumen mal eben auf. Wir räumen mal eben auf, okay. So ganz locker lässig, weißt du? Ja, ja. Wir müssen aufräumen und so, weißt du. Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Schon wieder die Kacke, Alter. Mit dem Truck. Los, schieb den Truck. Hilf mir. Hey, geil. Oh, shit, Alter. Oh, da kommen sie. Da kommen Freunde zum Spielen. Mist. Der schießt direkt auf mich. Komm, wir müssen weiterschieben. Ich kann nicht aus der Deckung. Okay. Einer macht den Lockvogel. Der andere flankiert und schaltet den Schützen aus. Spiel den Lockvogel. Alles klar, warte kurz. Was? Was zum Teufel war ich los? Okay, ich spiel den Lockvogel. Wenn du meinst. Oder spielst du den Lockvogel? Wie sieht's aus? Wir spielen, warte. Ich komm weiter vor. Ich bin schon ziemlich weiter vorne. Oh, weit vorne. Scheiße. Nein. Wo bist du? Warte, ich versuche hinter die Deckung zu kriechen. Ah, verdammt. Ah, ah. Warte, warte, warte. Jetzt. Komm. Moment, komm sofort. Danke. Das ist gar nicht einfach. Flapier das MMG. Drück Select, dann kannst du sehen, Mann. Ja, ich versuch's ja. Genauso wie es... Versuch ich's ja. Aber die schießen alle auf mich. Das MG schießt jetzt auf mich. Lenk es ab. Lass es nicht mehr auf mich schießen. Ah, fuck. Komm schon, du bist ziemlich weit vorne. Wenn ich die Kacke hier überlebe, Alter. Das MG schießt jetzt auf dich. Ja, genau. Toll, muss eine Holzdeckung sein. Scheiße. Scheiße. Fuck, komm her, komm her, komm her. Nein. Vor meiner Nase gestorben. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Noch mal Auto schieben. Jetzt wird der Ruhe. Ja. Wir wollen mal eben auf. Auf. Glück überlegt. Nicht zu paniken, äh, nicht lieben. Und ich meine, die Kugeln erwischen wir uns sowieso nicht. Nein, wir sind aus Stahl! Und haben den gleichen Anzug auf der Schwitze. Ja. Ich fand den cool, hab den direkt gekauft. Ja, ich auch. Gott, ich wusste, dass den anhaltest. Einer macht den Lochvogel, der andere flankiert und schaltet den Schützen. So, ja, also das Geschütz ist jetzt auf mich fixiert. Gut. Du musst es immer abwechseln, dann geht es, glaub ich mal. Alles klar, Geschütz ist auf mich fixiert. Nein, jetzt wieder auf dich. Okay, warte, ich bleib noch. Na, der ist noch scharf auf mich. Guck mal, ob du ein bisschen vorkommst. Ich muss auch die Leute ausschalten. Ja. Jetzt ist wieder auf mich fixiert. Okay, warte. Warte. Okay, ich bin ein Stückchen weiter. Noch immer auf mich. Okay, lass, 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 lass. Lass ihn auf dich verziehen. Jetzt ist er scharf auf mich. Okay, alles klar. Der trifft mich von da. Scheiße. Warte. Oh, shit. Scheiße, Mann. Geschütz ist down. Äh, gut. Und jetzt versuche ich nach oben zu kommen. Ich versuch's. Aber die Jungos hier. Mein... Jango! Oh! Wie cool zu sein, ey. Bleib... Willst du mich verarschen? Wer hat mich abgeknallt? Das soll das ein Scherz sein. Komm schon, komm schon. Komm, ich komm, ich komm. Das war der letzte. Das war der... Nein, das war nicht der letzte. Komm schon. Scheiße, Mann. Wer hat mich denn da heizt? Ich bin ja da. Verdammt nochmal erwischt. Immer weiter so. Alles gibt's nicht. Da oben ist alles voll wie die Ameisen. Komm zu mir, komm zu mir. Wieder flankiert. Ey, wisst ihr was? Jetzt reicht's. Okay, hat nichts gebracht. Also zerschießen wir eine Deckung. Yeah! jetzt wird hier geschnetzelt da schießt die Mauern sehr schön versuch jetzt nach oben zu kommen so hässliche Missgestalt mal wie kommst du hinter mir wie kommst du hinter mir Ich seh keinen. Ich find's so dumm, dass man nicht markieren kann oder so. Flankiert. Die sind am Hauseingang. Ja, ja, ich mach schon Nades. Gut. Was ist dort, Mann? Was ist mit dir, Junge? Klonen die sich direkt oder was? Alter. Ja, da ist die Klonfabrik. Die haben mich hier in die Mangel genommen ein bisschen. Wo kommt der denn her jetzt? Gott, Mann. Geht schon wieder. Ist das der Treffpunkt? Ist das der Treffpunkt? Dann schauen wir doch mal nach. Ja, natürlich. Was ist das? Ah, wir sind fertig. Wieder fett Kohle eingesammelt. Ja, guck mal den an, der hat keine Arme. Jetzt ist er verschwunden. Tür aufbrechen. Tür aufbrechen, komm her. Ja, ja. Ich muss hier aufbrechen. Okay. Fertig? Alles klar, los. Wir gehen rein zur Tür. Äh. Nein, du musst zu mir kommen. Ach so. Ja, was? Welche Tür gehen wir? Deine oder meine? Ja, die Tür erstmal. Vielleicht finden wir hier was. Ja, ich kann da gar nicht rein. Hä, die Tür geht gar nicht auf mehr. Ich muss hier. Ach, egal. Ja, dann gehen wir die Tür an. Wir brechen das Ding auf. Oh Gott. Sie nehmen die Pumpe an. Achtung! Los! Surprise, surprise, Burritos-Fresser! Hau rein, Alter! Yeah! Lass das Blei fliehen! Das war's schon. Wir müssen hoch in den Turm und rausfinden, worauf der schießt. Mann, sind die langweilig. Ich würde mal sagen, lass mich mal beschützen hier. Okay, dann mach ich gelangen. Okay, dann mal rüber mit dir. Lass mich hier hoch. Ich hätte gedacht, du willst selber rüber und unsere Kontaktperson beeindrucken. Du weißt, dass ich in festen Händen bin. Seit wann? Okay, ich mach mich auf den Weg nach oben. Verstand. Oh oh, Feinde! Ach, okay, ich muss hier hoch. Feinde! Ich bin unter Beschuss. Ja, sind schon tot. Oh, der Schauschütz ist weg. Schön gemacht. Verdammt nochmal! Hier, frisst ne Nate! Schön gemacht. Danke. Weg ist frei. Alles klar. Sei mein wachsames Auge. Oh! Okay. Ach, lass deine Markete stecken. Alter! Ah! 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 Fuck! Was war das? Wer schießt denn da auf mich? Ich seh nicht mal einen! Beruhige dich, beruhige dich, beruhige dich. Diese Hunde! Ja, der schießt durch, das... Okay, irgendwas wie sieht mich hier an. Das ist jetzt Kacke, wenn ich ihn konkurrent hab. Fuck! Ah, shit! Ja, deine Birne ist matsch, du Ratte! Okay, gut, gut! Und deine genauso! Ich rück immer weiter vor! Ich muss nachladen. Warte, Zocki! Ach, Zocki! Gut, ich hör mal aus! Kein Problem, kein Problem! Ich werd mit denen fertig! Okay, man! Grad läuft's gut! Wird aber auch nicht drauf vertrauen. Ich muss nachladen. Jawohl! Jawohl, weg mit dir! Abschaum, probiere! Fuck! Fuck! Wow! Mit besten Grüßen zurück! Ich hab dich nicht mehr im Blickfeld, Zocki! Kein Problem, kein Problem! Ich bin in dem Flugzeugfrack! Okay! Hallo, Freundchen! Was willst du machen? Kommt mit dem Messer zu einer Schießerei! Was ist bei dem los? Alter, streckt eigentlich eure scheiß Birnen raus! Ja, endlich! Ich bin etwas weiter vorne jetzt! Ja, ich seh dich! Gut! Pass auf, da kommen jetzt Sniper, glaub ich! Ja, dann erledige sie! Du hast ja nicht umsonst die Sniper in der Hand, oder? Ja! Ja! Die sind aber auch scharf auf mich, Junge! Okay, 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 okay! Hey, 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 hey! Ganz ruhig! Oh! Meine Deckung ist kaputt! Boah, Dreckschweine! Such deine neue! Such ich grad! Ja! Puh! Das war echt knapp grad, aber wirklich knapp! Oh, toll! Wow! Au! Scheiße! Ey, die Leute sind echt böse drauf! Jung, jung! Bravo! Komm her und hilf mir die Gegend zu säubern! Okay! Hast du gehört? Jawohl! Okay, ich muss runter, Zocki, ich komme! Ja! Und auch mal Zeit! Okay! Ich glaub, ich kann vor! Puh, du hässlicher Wichser! Wollte ich mit deiner scheiß Maräte mich schlachten! Ich schlachte dich! Wie gut, dass du immer freundet! Vielen, dass zum Spiel! Oh! Oh! Fuck! All die Spinnen doch alle hier! Was ist bei dir los, Alter? Zack! Was ist deine eigene Machete? Was ist mit dir los? Hallo? Zeig, die los! Ich bin jetzt auf dem Flugplatz! Boah! Oder sollte ich Flugzeugfriedhof sagen? Okay, hab das Großmaul! Brücke weiter vor! Da kommen noch mehr zum Spielen! Oh! 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 Das war knapp! Jetzt reicht's aber! Bitteschön! Okay, bin fast da! Okay, ich bin da! Oh! Granate! Granate! Ich bin... Ich bin fünf Meter hinter dir! Oh! Alter! Die Dreckschweine! Wo sind sie? Die werfen Granaten! Vorsicht! Versuch sie zu flankieren! Wieder! Ah! Nein! Boah! Fuck, Alter! Echo! Hier, was, Bendejo! Denk sie ab! Ich komm von hinten! Oder sie kommen von hinten! Oh! Fuck! Hilf mir, wir haben den Treffer einstecken müssen! Scheiße! Komm zu mir! Da kommen voll viele von dort! Ausgabung! Los, 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 los! Danke, Mann! Keine Zeit verlieren! Danke, Mann! Das würde ich nur ohne dich tun! Steh auch noch! Vielleicht! Vielleicht! Obwohl, die KI ist mir bestimmt nicht so klug! Hallo! Äh, und jetzt? Wo sind die alle hin? Ich sag dir, da sind, was weiß ich wie viele durchgekommen! Da! Da sind sie! Hab ich nie gesagt, sie sind da! Hey, Freunde! Wir brauchen keine neuen Freunde! Echt! So! Das war's, oder? Ich weiß es nicht! Schnapp ihn dir! Zack! Zack! Oh, Wiedersehen! So sieht's aus! Los! So, wir könnten wir so zurückkehren? Unsere Kontaktperson ist eine Kiste! Oh mein Gott! Durchsucht den Truck! Nach was? Keine Ahnung, nach irgendwas Brauchbarem! Hatten deine Freunde eventuell was Zünftiges dabei? So! Schaut das mal an! Was habt ihr gefunden? C4! Jede Menge! Das könnte euch helfen! Ja!